und wo ist der da vincent posten das ist doch der hauptmann na egal jetzt gehe ich zuerst mal zurück zu jetzt regnet es aber richtig ja jetzt regnet richtig genau das ist nicht viel weil irgendwie werden die ja trotzdem nass die stehen ja nur unter so kleinen dingern so und hier ist jetzt auch der nicht zum schild war ja genau oh batman ist ja so wo ist da gute jeffro hier ist ja ja so wo ist mein zeug hier das gekauft habe wo sind das jetzt ich habe doch gekauft bei gutem festeck sage ich niemals nein erzählt mir etwas von dem gefangenen salamandra aber ich weiß doch kaum etwas wo ist er er wurde in majorans krankenhaus gebracht danke bei wem habt ihr dieses hexerschwert beschlagnahmt tala der heller bevor ich markiere die stelle auf eurer karte aber tötet ihn nicht diesem laster solltet ihr abschwören vielleicht aber nicht heute adieu jetzt habe ich den dialog übersprungen weil ich gedacht habe dass wir einfach nur tala gewesen mit dem habe ich ja schon geredet aber das weiß scheinbar doch ein anderer anderer mal gucken wer es war also zu wem ich da jetzt noch gehen soll hat sie auch mal auf meiner karte markiert aber wenigstens posten war das nicht da wo keiner war das letzte mal hier bin ich falsch so da ich muss mit dem gefangenen sprechen das würde ich jetzt nicht nicht bedächtnis ja 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 blablabla gut dann gucke ich jetzt mal grad wo ist vincent's posten hier ist er doch ja da war ja keiner gewesen jetzt steht da immer noch keiner außer diese stadt lache hier ist also niemand ach doch da ist einer wenn ihr wegen dem lagerhaus hier seid rate ich euch dass ihr nachdenkt bevor ihr etwas sagt wollt ihr geschäfte mit den salamandra machen das lagerhaus war eine offizielle angelegenheit die leute die ihr aufgeschlitzt habt wollten gegen die salamandra aussagen ihr habt glück dass sie keine wertvollen informationen hatten die wollen mich tatsächlich betrügen das ist nicht überzeugend mir egal seid gewarnt wenn ihr mir wieder in die quere kommt sitzt ihr mit eurem hexer arsch im gefängnis verstanden ich werde die untersuchung selbst fortsetzen falls ihr irgendetwas damit zu tun habt genug liegt was spezielles an wer nicht verschwindet ich weiß von eurer verbindung zu den salamandra meine neugier bringt mich um ich habe unwiderlegbare beweise dass ihr nichts damit zu tun habt ich wünschte das hättet ihr früher gesagt naja hier ist ein ring der stadt wache wenn ihr ihn tragt behelligt euch die wache nicht danke ist ja noch etwas über die salamandra die salamandra wollen den handel mit fisteck übernehmen jahre hat gemerkt dass da viel zu holen ist er ist selbst ein süchtiger der ring hier der ist schon mal nicht schlecht der ist schon mal nicht schlecht so ähm jetzt geht's genau dahin muss mit dem befangenen aus dem dingspunkt reden und mit dem gärtner könnte ich auch noch reden äh reden wenn ich den hier irgendwo finde kann ich dann nicht die quest auch noch aktiv schalten ich muss mit dem gärtner sprechen der ist hier ah ok so jetzt der muss dann hier irgendwo sein oh Misty komm ich schon mal durch so was ist hier wow massengrab oder was äh wo finde ich jetzt den dings hat er sich hier mitten in seinem feld versteckt oder was wo ist der ne hier ist er nirgends Mist ok sie ach da ist er ja der garten des krankenhauses bedarf der pflege ihr scheint gefallen an eurer arbeit zu haben gefallen ich liebe pflanzen und kenne sie gut ich habe meinen lebensunterhalt mit blutvergießen verdient das ist meine chance frieden und ruhe zu finden blutvergießen ich bin nicht stolz darauf aber eins hatte ich mich als söldner verdingt auch das liegt alles längst hinter mir hier bin ich zufrieden warte das ist meine chance ich bin schade Vielen Dank.